Refinement erstellt die Klarheit, die Clarity, das Verständnis für den Entwickler, dass Sie Ihren eigenen Plan erstellen können, den Sprint-Backlog. Refinement ist letztendlich dadurch, da alles in Kontext zu bringen, die Geschichte zu verbinden, die Narrative, also was, wo kommen wir her, wo wollen wir hin durch unsere zukünftigen Sprint-Goals. Ich mache das oder ich empfehle dir, mach das mit dem kompletten Scrum-Team und lade auch Stakeholders ein, wenn es sinnvoll ist. Ich persönlich, ich mache das gerne jede Woche, jede Sprint-Woche für zwei Stunden mit dem kompletten Scrum-Team und auch Stakeholders, wenn es, wie gesagt, Sinn macht. Aber für mich, alle Zusammenarbeit, alle Gespräche, die zwischen den Entwicklern stattfinden in dem momentanen Sprint, um Klarheit zu erschaffen, was können wir machen oder wie können wir das machen in den nächsten Sprints, gehört für mich so in diesen großen Container-Refinement. Letztendlich, wie gesagt, Refinement ist nur dafür da, Klarheit und Verständnis zu vermitteln.